Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Wildflowers. Es gibt auf jeden Fall momentan einiges zu tun in unserer Aufgabenliste, wie ihr sehen könnt. Wir können zum Beispiel heute Abend dann auch der hohere Prästerin die Tränke geben. Und es ist ja auch bald die Hochzeit zwischen den beiden. Der Bürgermeister wird gewählt. Ja, wir haben auf jeden Fall abends viel zu tun. Wir warten immer noch auf unserer Erde. Das ist generell eine sehr anstrengende Aufgabe. Aber wir werden es natürlich gemeinsam schaffen. Ich lege auf jeden Fall jetzt los mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Es geht um die Wu-Torter. Stelle eine Zeitumkehr-Zauberformel her. Okay. Neue Zauberformel. Gibt jedem Mitglied des Zirkels einen wahrer Blickdrang. Gibt es? Gibt es? Gibt es? Gibt es? Ich habe es noch nicht gegeben. Gibt es. Hier geht's, Farsier. Hier geht's. Gibt es, neue Witch. Das schmeckt gut. Ich werde es mit einigen Zauberformel wenn ich zurückgebe, die Barresteher. Hier geht's, Adept. Appreciated. Plänts können sicherlich sein, nicht wahr? Ich habe immer so gedacht, aber vielleicht nicht so literally. Hier geht's, Herbalist. Danke! Ich kann mich mit diesem neuen Titel verwendet werden. Okay? Dawn, dusk, morning, night. Hide this place from plainer sight. Okay. Ach, wir können das noch sehen. Mhm, mhm, mhm. Halt für andere ist es nicht mehr sichtbar. Verstehen. Achso, wir müssen noch die Seide herstellen. Okay, wir bringen jetzt diesen Umkehrzauber an. Hm? Yoo-hoo! I finally got rid of that tart! I mean, those tarts. I would never call Mrs. Soft. Anyway, uh, can I pick up my cake? Sure. Go ahead. Thanks, you're the best, Tara. For being so kind, I brought you a couple spare tarts I had from the catering gig and the recipe to make your own. Sehr gut. Blaube-Pastete. Okay. Das haben wir geschafft. Hm, das muss ich auch mal machen, diesen... Ja. Vanessa kam bei der other day to get her bracelet repaired. But really, to talk up her husband. You know, if she ran instead, she might have my vote. She's clearly the smarter of the pair. Hm. Greetings, neighbor. Are you registered to vote? Elections are coming up soon. Since the days are getting shorter, I had to add a lamp to the chicken coop. Otherwise, the hens don't realize it's morning and they should get out of bed. Sebastien's kept old voicemails from my mom for years. I catch him listening to them sometimes. I always thought he was just making it harder for himself, you know? To let mom go. But now I get it. I can't wait to go back into the gloaming. I'm going to track down every single echo blossom there is. Mommy says it's good luck to pet black cats and fall. But whenever I go looking for the black cat around here, I can't find him. Ah, yes. That cat's a tricksy one. How's school, Sebastien? It's weird. I graduate this year. Did you know that? I've wanted to get off this island for so long. But now I'm not really sure where I'll go. When I told Kim I like comic books, they gave me one from Japan. It's called manga. Ooh. How are you liking it? Well, it's different from the comic books I'm used to. I was accidentally looking at it backwards until Kim showed me the right way. I haven't gotten very far yet. But I'm excited to read more. Die Unterhaltung kennen wir auch schon. Die Unterhaltung kennen wir auch schon. The wedding's not far off. Think you'll be able to get some silk and turtle heads? Way ahead of you. This is exactly what I needed. Thanks so much. Lena says I like craft projects more than a sorority girl. But what can I say? I enjoy making things for people I care about. Oh, Parker. Never change. Thanks again for helping me out. I couldn't do it without you. Here. I'll be honest. I don't know that I can fully support this neighborhood watch. Maybe there are malcontents on this island. But when people start reporting each other over the smallest things, well, that never ends well. Ciao. I've asked Wesley if he'd like to carry the book of the mind at his bookstore, but he keeps saying no. I don't understand. It's a great opportunity. Yeah, it's just not the kind of book, Wesley really sells. I heard about Emmys new, uh, interest in music. She's a handful, isn't she? Yes, but in the best way. If I ever have daughters, I hope they're as spirited as she is. Less prone to thievery, though. Ach, das war das mit dem Lehm. Okay. Mmh. What do I smell? New item on the menu? I've been experimenting. I'm adding some new authentic Italian dishes to the menu. My husband was from Italy. Did you know that? I never had the chance to visit his family. He and Juliet went once to meet his grandmother when she was still alive. Have you traveled much, Tara? Ähm. Nein, ich konnte mir das nicht leisten. I really have never been able to afford world travel. Eh, me either. Three plane tickets anywhere was a lot. That's why only the two of them went to Italy. After they got back from Italy, Juliet would hardly talk to Giacomo. She said something about her great grandmother being weird, but that was all. But Giacomo's grandmother didn't speak one word of English. She couldn't have said anything to offend Juliet. Huh. Teenagers. My dad didn't talk to my grandpa for a long time. And he was hardly a teenager. They made up after I was born. Huh. Well, at least they patched things up before Robert passed. I wish Juliet and Giacomo had that closure. Always tell those you love how you feel about them, Tara. Don't wait. Oh, wir sind jetzt auch mit ihr auf beste Freunde gestoßen. Das ist sehr gut. Bitteschön. Oh, I know just how I'll use this. It's perfect. Music makes my baby girl come alive. She's been talking a lot about going to a music school. But I'm not sure if she's old enough for that. Or maybe I'm not ready to let her go. Ach, wir müssen jetzt gar nicht mehr mit ihr reden, um das aufzubessern. Naja. Die sind mal am Dancen. Back when Arno and Kaya ran the pub, Arno wouldn't have dared give him any grief. I think Arno was a bit scared of Kaya. He heard a rumor at school that back in Johannesburg, Kaya was some kind of famous witch doctor. Kids. Hey, you made it back from your first adventure in the you-know-what. Nice. Um, was there ever any doubt? Considering our history with the place, yes. Wow, uh, it smells like bleach in here. That's exactly what it is. Working with raw meat means I gotta wipe down my surfaces all the time. I'd rather get food poisoning than have one of my customers get sick. You know, you've lived here all your life. Why don't you run from air? Ha ha ha. Interesting idea. But I'd rather stick my bare feet in a bucket of Bruno's lobsters. Make sure you're staying safe, okay, Tara? It's getting colder and I just... I have a bad feeling. You're always welcome in my shop, you know? You hardly feel the cold in there. Yeah? What's inside? I cannot see. I'll open you up and set you free. Und nochmal drei Rezepte. Äh, liebe Joanna, ich wollte warten, bis ich von der Fähre runter bin, bis ich es dir sage, aber ich muss wissen, was du darüber denkst. Hazel und Robert haben mir von einem Stückchen Land erzählt, das zum Verkauf steht. Die Erde ist gut, Joanna, so gut wie auf der Farm meiner Eltern. Es gibt sogar einen Loft auf dem Dachboden, den du als Kunststudio benutzen könntest. Und es ist ganz in der Nähe vom Strand. Wir könnten also mit Thomas und Crystal baden gehen. Denk einfach darüber nach. Wir könnten darüber reden, wenn ich nach Hause komme, liebe Billy. Ah, okay. Gut. So, dann würde ich auch hier auf jeden Fall einen Cut in der Folge setzen. Ähm, es hat mich auf jeden Fall wieder riesig gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid. Lasst auf jeden Fall mein kleines Kommentar unter dem Video für mich da, ob euch das Ganze so gefallen hat. Und auf jeden Fall auch ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.